Das erste Mal hat Köln natürlich die Chance, wenn sie bei uns gewinnen würden, dann haben sie nochmal eine Chance und man kämpft bis zum letzten Zentimeter, das ist ja ganz klar, das würde man genauso machen. Also die werden mit aller Energie herkommen, sie werden Vollgas gehen, weil sie alles wollen, nur nicht letzter werden in der Bundesliga, allein das schon. Also, wenn sie wissen, was sie meinen, ich habe nicht gesagt, Köln wird letzter, ich sage, das willst du ja auf keinen Fall, allein das ist ja schon Motivation. Das wird ein Bundesligaspiel, wo beide Mannschaften sich voll abarbeiten werden, um am Ende dieses Spiel zu gewinnen, genauso wie das Spiel Köln gegen Mainz war und wie es letzte Woche war, sind sie 2-0 hinten, dann hole ich sie noch auf gegen Schalke, natürlich kann es auch 3-0 stehen. Jetzt sind sie wieder eine stabile Bundesligamannschaft, ich habe da 2-0 gegen Leverkusen gewonnen und habe vor ein paar Wochen hochverdient gewonnen. Das wird ein total schwieriges Spiel für uns, aber das ist egal, wir spielen jetzt gegen Köln und wir tun alles einfach, was in unserer Kraft steht und wir werden feiten und kämpfen und möglichst gut spielen.